So, Sam Procedures, every match. Na ja, morgen hatten wir, ach doch, hatten wir schon, aber da sind wir auch auf der anderen Seite gespawnt worden. Egal, funktioniert, gut die Karte. Wir fahren erstmal straight gara aus und dann würde ich hier so durchfahren, da zwischen den Inseln durchfahren. Was hat das mit dem 196 bei dir im Namenstext zu tun, Happy? Hat das irgendeinen tieferen Grund Sinn? Das hat einen Sinn, ja. Januar 96, warum? Was, nochmal? Januar 96. Ah, okay, das ist ein 196. Aha. Habe ich noch lieber ein 69. Ja, definitiv. Und du ja oft genug? Natürlich. Er mit anderen. Gestern dreimal, da hat er dann abends auf das vierte Mal keinen Bock gehabt, als sich eine Alte angeschrieben hat, ob er Böcke hat. Er so, nee, hatte heute schon dreimal keinen Bock mehr. Ja. Da ich im Januar 96 geboren wurde, kommt es daher. Warum? Nur so, wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das Januar 96 heißen soll. Ja. Achso. Ja, Happy so ging nicht mehr und da habe ich mir halt überlegt, was ich machen kann. 1, 2, 1 ging glaube ich auch nicht, also 12 der erste. Oh Gott, ich glaube ich nur noch das machen. So. Na, mein Happy kommt mir so bekannt, weil ich immer öfters sonst auf Anarchy geguckt habe. Weil er glücklich ist, weil er glücklich ist. Nice. Also, Russen war rein. Frank Hansen 2000. Unser Haupt 2002 Bund. Die bin ich beide nicht. Supermax BR. Oh, wie fahren die denn? Ich geh kurz A-Cappen und dann dreh ich sofort nach unten mit. Du könntest aber auch direkt, weil ich fahr um die Insel rum und kann dann auch A-Cappen. Nee, das ist scheiße, dass du um die Insel rumgefahren bist, weil dann bist du raus aus dem Gefecht. Bis du wieder wirken kannst auf irgendeinen Gegner, bist du voll aus dem Gefecht raus. Das war scheiße, jetzt mal gucken, ob wir das alleine gebacken kriegen ohne dich. Florida-Salve komplett abgeprallt, geil. Seife von Akunetik hat genauso. Boah, der King-Chach hat eure Licht kassiert. Von mir. So, ich mach jetzt einen Ninja-Move, ich drehe jetzt rum und fahr den wieder entgegen um die Insel rum. King-Chach fahrt voll in die Tops rein. Schönes Ding. So war der Plan, ja. Und du bist doch erstaunlich schnell um die Insel rumgekommen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du bist länger aus dem Gefecht raus. Nur mit 25 Knoten. Jetzt sehen wir die schöne Zange, einer von links, einer von rechts kriegt die Backenfutter. So. 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 Schöne Abschlussrunde. Schöne, entspannte Runde. Sauber. Ja, Sauber. Au revoir. Arrivederci. Und wieder gern.